Mozi Mabuse. Nach dem Klinik-Schock. Sie kann endlich aufatmen. Die Sorge war groß, als Mozi Mabuses kleine Nichte geboren wurde. Mittlerweile können zum Glück alle aufatmen. Es ist eine Achterbahn der Gefühle, die Mozi Mabuse, 42, hinter sich hat. Denn auf die Freude über die Geburt ihrer süßen Nichte folgte ein heftiger Klinik-Schock. Sie flog sofort zu ihrer Schwester nach London. Im Oktober wurde Oti, 33, die Schwester der Let's Dance-Jurorin, zum ersten Mal Mutter. Und musste lange um ihre Tochter bangen. Denn die Kleine kam als früh Chen in kritischem Zustand zur Welt und verbrachte ihre ersten sechs Lebenswochen im Krankenhaus. Endlich können alle aufatmen. Erst jetzt kann Oti über diese schreckliche Zeit sprechen. Ich glaube, wir konnten sie eine Woche lang nicht halten. Weil sie immer noch in einem Inkubator mit Drähten lag und Gelbsucht hatte. Und es kam noch schlimmer. Sie hatte Infektionen, weil ich eine Sepsis hatte. Mozi flog sofort nach London, um ihrer Schwester zu helfen. Ich wollte einfach geistig, körperlich und emotional bei ihr sein, sagt sie. Zum Glück geht es inzwischen allen besser. Und auch Mozi kann wieder aufatmen. Denn sie steht ihrer Schwester sehr nahe und wünscht sich natürlich nichts sehnlicher, als dass es ihr und ihrer kleinen Familie gut geht. Endlich kann sie das neue Glück zu dritt genießen. Endlich kann sie das neue Glück zu dritt genießen. Endlich kann sie das neue Glück zu dritt genießen. Endlich kann sie das neue Glück zu dritt genießen.